Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 17. September 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten an der Dniprofront. Laut einem russischen Militärblogger wurden auf im Prinzip allen Inseln im Dnipro-Delta die Kampfhandlungen wieder aufgenommen. Erstmals erhöhte Aktivität lässt sich im Abschnitt der Städte Novakachovka und Korsatzke feststellen, wo die russischen Truppen versuche, Unternehmen auf dieser Insel hier zu landen. Das ist die Korsatzke-Insel. Zum heutigen Abend gibt es keine Beweise von russischer und ukrainischer Präsenz auf dieser Insel. Damit bleibt diese Insel weiter in der grauen Zone. Auf der anderen Seite versuchen ukrainische Trupps ihre taktische Situation zu verbessern und sich entlang dieses Ufers nach vorne zu bewegen. Auch die russische Seite hält nach wie vor einen Brückenkopf am Dnipro-Fluss an diesem Abschnitt. Auch an diesem Abschnitt werden zum heutigen Abend keine Veränderungen registriert. Damit verlassen wir die Dnipro-Frontlinie in Richtung der Saporizhia-Frontlinie. Die 82. Luftsturmbrigade der ukrainischen Streitkraft setzt das Säubern der russischen Stellungen bei Verbov fort. Auch westlich des Dorfes kommt es zu Kämpfen in der grauen Zone. Auf beiden Seiten wird der Einsatz der Artillerie sowie von FPV-Drohnen registriert. Aktuell wird intensiv um diese zwei Waldstriche gekämpft. Gestern hatten wir festgestellt, dass es auch um diesen Waldstrich zu intensiven Kämpfen kommt. Auch zum heutigen Abend gibt es keine Updates, was die aktuelle Situation dort betrifft. Es bleibt bei Kämpfen in der grauen Zone und wir müssen hier den nächsten Tag abwarten. Ähnliches sehen wir im Bereich der Stützpunkte südlich von Robortne. Die Ukraine versucht, den gesamten Bereich der Stützpunkte einzunehmen. Auch an diesem Abschnitt gibt es keine Veränderungen. Zuletzt zeigten russische Drohnenaufnahmen den Angriff auf ukrainische Truppen an diesem Abschnitt. Die russische Seite hält sich nach wie vor an diesen zwei Waldstrichen, welche aktuell das Hauptziel der ukrainischen Truppen sind. Bisher hat die Ukraine dort keinen Erfolg, zumindest können wir das nicht registrieren. Auch hier bleibt es erstmal bei Kämpfen in der grauen Zone. Insgesamt gab es in dieser Kalenderwoche an der Saporizia-Frontlinie nicht allzu viele Veränderungen. Das liegt unter anderem an einer operativen Pause der ukrainischen Seite. In der kommenden Woche können wir wieder mehr Aktivität erwarten, nicht nur von der ukrainischen, sondern auch von der russischen Seite. Im Laufe dieser Woche hat die russische Seite die Flanken mit der 7. und der 76. Luftlandedivision verstärkt. Vermutlich kommt es hier zu Angriffen in der kommenden Woche. Weiter geht es in Richtung der Donetsk Oblast. In der Region des Mokri-Jale-Flusses bleibt es heute beim gestrigen Zustand. Es werden Vereinzelstellungskämpfe nördlich von Priutne registriert, an der Frontlinie aber weiter ohne Veränderungen. In den Regionen Urozhaini und Novomajorsk bleibt es ebenfalls ruhig. Die Ukraine unternahm im Laufe der letzten 24 Stunden keine wesentlichen Angriffe an diesem Abschnitt. Westlich der Stadt Donetsk beobachten wir weitere russische Angriffe in den Regionen Marienka und Avtsivka. Vor allem südlich von Avtsivka konzentrieren die Russen aktuell frische Reserven mit dem Ziel, als Folge einiger Gegenangriffe die alten Positionen wieder zurückzuerobern. Laut dem ukrainischen Generalstab unternehmen die russischen Truppen am Abschnitt auf Sivka täglich mehr als 10 Angriffe. Das betrifft insgesamt auch die Stadt Marienka. An der gesamten russisch-ukrainischen Frontlinie unternehmen die russischen Truppen an diesen zwei Abschnitten die absolut meisten Angriffe. Weiter geht es in Richtung des Abschnitts Bachmut. Wir starten heute wieder südlich von Bachmut im Dorf Glishivka. Die 80. Luftsturmbrigade, die 5. Sturmbrigade und die Polizeibrigade Liud veröffentlichten heute ein Video aus dem Dorf Glishivka. In diesem Video bestätigten sie die vollständige Eroberung des Dorfes Glishivka. Das Video ist zwar nicht im nördlichen Teil des Dorfes entstanden, aber es gibt andere Hinweise bzw. Beweise dafür, dass die Ukraine das Dorf vollständig eingenommen hat. Eine am heutigen Tag veröffentlichte Videoaufnahme zeigt den Beschuss der Eisenbahnschiene mit Streumunition. Das ist hier dieser Abschnitt, den die russische Seite nun vermutlich eingenommen hat. Auch in den vergangenen Tagen sahen wir regelmäßig Videos, wo russische Truppen sich aus dem Dorf entlang dieser Straße in Richtung Bachmut zurückgezogen haben. Sehr wahrscheinlich verläuft die neue russische Verteidigung entlang dieser genannten Eisenbahnlinie. Mit dem heutigen Nachmittag also ging das Dorf Glishivka vollständig an die Kontrolle der ukrainischen Streitkraft über. Vor etwa vier Monaten begannen die ukrainischen Truppen ihre Gegenoffensive an der südlichen Flanke von Bachmut. Insgesamt gelang es ihnen, diesen gesamten in gelb markierten Bereich zurückzuerobern. Gegen Ende des Monats Juli, also vor fast zwei Monaten, konnte die Ukraine in das Dorf Glishivka eindringen und sich im südlichen Teil des Dorfes festsetzen. Die Kämpfe innerhalb des Dorfes dauerten etwa 50 Tage an. Die russische Seite verlegte regelmäßig Reserven und unternahm regelmäßig Gegenangriffe. Die Ukraine ist damit der Gewinner der zweiten Schlacht um das Dorf. Die erste Schlacht endete am 20. Januar dieses Jahres, als die Sturmgruppen der Wagner-Gruppe das Dorf einnahmen. Interessant bleibt, wo die Ukraine an diesem Abschnitt als nächstes ihre Kräfte konzentrieren werden. Es gibt zahlreiche Spekulationen bezüglich der zwei Siedlungen Zelenobilya und Kurdyumovka, die sich hier direkt am Sivriski Donetsk Donbass-Kanal befinden. Wie gestern bereits gesagt, war es an diesem Abschnitt im Laufe der letzten Wochen relativ ruhig. Mal sehen, wie sich die Situation hier innerhalb der nächsten Woche entwickeln wird. So viel zur Situation an der südlichen Flanke heute Abend. Behauptet aber auch ein russischer Militärblogger, dass die Ukraine an der nördlichen Flanke aktiver wurde. Er spricht von einem ukrainischen Angriff auf das Dorf bzw. auf die Siedlung Salisnyanske. Und angeblich gelang es den ukrainischen Truppen, sich in diesem Dorf festzusetzen. Ich bin gerade dabei zu überprüfen, ob diese Information der Wahrheit entspricht. Innerhalb der letzten Wochen konzentrierte die Ukraine ihre Angriffe an der nördlichen Flanke, vor allem entlang der E-40 Straße. Vielleicht noch ein allgemeiner Hinweis, was den gesamten Bachmut-Abschnitt betrifft. Laut offiziellen Quellen des ukrainischen Generalstabs konzentriert die russische Föderation aktuell am Abschnitt Bachmut etwa 52.000 Mann. Zum Abschluss springen wir an die nördliche Frontlinie. Angeblich hat sich die russische Offensive dort deutlich verlangsamt. Das behauptet heute der Sprecher der östlichen Gruppierung der ukrainischen Streitkraft. In der Tat kommt es lediglich am Abschnitt Novoye Khorivka und Sintivka zu Stellungskämpfen ohne wesentlichen russischen Erfolg. Das Ganze liegt unter anderem daran, dass die Ukraine im Laufe der letzten Wochen einige Reserven an diesen Abschnitt verlegt hat. Drei bis vier frisch formierte Brigaden hat die Ukraine im Laufe der letzten Wochen an diesen Abschnitt verlegt. Darunter die 21., die 32. und die 43. mechanisierte Brigade. Sehr wahrscheinlich befindet sich auch die 44. mechanisierte Brigade aktuell im Abschnitt Svatove. Diesbezüglich fehlt uns allerdings die letzte Bestätigung. Interessante Nachrichten gibt es auch hinter der Frontlinie. Seit einigen Tagen wird um den aktuellen Zustand des Präsidenten der Tschetschenischen Republik spekuliert. Der ukrainische Geheimdienst Hur behauptete, dass er sich im Koma befindet. Die Rede ist von Ramzan Kadirov. Heute erschien in seinem Telegram-Kanal ein Video, auf dem er in Grozny spaziert und andeutet, dass die Gerüchte um seinen kritischen Zustand lügen seien. Es ist allerdings unklar, wann dieses Video entstanden ist und einige bezweifeln, dass es aktuell ist. In der Tat gibt es andere Meldungen von russischen Quellen. Es kursiert nämlich das Gerücht, dass Kadirov sich tatsächlich in einem kritischen Zustand befindet. Angeblich befindet er sich im Regierungskrankenhaus in Moskau. Das ist hier dieses Krankenhaus und hat ernsthafte Probleme mit den Nieren. Eine russische Quelle behauptete sogar, dass er gestorben ist. Das sagte konkret der Oppositionelle Abu Bakr Jan Gulabaev. In der Nähe des Zentralkrankenhauses wurden wohl auch zahlreiche Fahrzeuge mit tschetschenischen Nummernschildern identifiziert. Darunter ein Maybach, ein Porsche Cayenne, vier Mercedes Geländewägen und zwei BMWs. Die Autos fahren auf das Gelände des Krankenhauses und werden dort nicht einmal kontrolliert. Das behauptet heute eine russische Quelle und veröffentlicht auch einige Bilder von diesen Fahrzeugen. Normalerweise werden alle Fahrzeuge hier streng kontrolliert. Schließlich handelt es sich hierbei um das Regierungsrankenhaus. So viel zur Situation in Moskau hinter der Frontlinie. Natürlich bleibt auch diese Entwicklung weiter interessant und wir werden das natürlich ebenfalls weiter beobachten. Damit sind wir am Ende, was den heutigen Bericht betrifft. Wenn dir diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal für tägliche Updates aus der Ukraine abonnieren. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.